Wo ist der Pisser? Hier ist er auch nicht Ich schaff das manchmal nicht so rechtzeitig Ok, finden wir den Aber es ist in dieser Region Ach komm Ok, der Ring wird immer kleiner Aber es sagt mir nicht direkt, wo genau er jetzt ist Oh Alter, das geht mir echt am Sack Wenn ich einen hätte Ach komm, ist jetzt scheißegal Was? Wer war da? Ah Für sowas hatte ich echt keine Zeit Ich muss das endlich mal abschalten Ok, ok Das war beschissen Das war verdammte Scheiße beschissen Ich finde den nicht so oft Gut Also dann bin ich jetzt gerade hier mit Questen Äh, mit Questen ist gut Bin ich jetzt damit beschäftigt, endlich mal rauszukommen Äh Ok, eigentlich wollte ich hier hin Wurde aber aufgehalten Von so einem verdammten Shithacker Also los Das habe ich jetzt nicht erwartet Dass er sich da versteckt Das habe ich nicht erwartet Ich will verdammt nochmal endlich weiterkommen Und nicht diese ganzen Online Scheiße machen Aber was gehört hier mit zum Spiel? Ja, kein Thema Ich, äh, renne auch wie eine Irre Dann eben Parcours Ja, wir machen irgendwie Parcours Und dass ich ja vom Hochhaus gestürzt bin Das war ja auch echt eine Bombe Ach, endlich Und wenn wieder so ein Hackerangriff kommt Ich meine, das war schon nervtötend Eigentlich Hatte ich nicht vorgehabt Das Ok So, dann wollen wir mal Endlich dahin fahren Schnellreise bitte Hoppla Wollt ihr gerade was trinken? Hm Das tat gut Echt mal, ich bin echt im Verdursten Ok, es ist klar Es ist heiß im Moment Es ist warm, es ist schwül Kann man so sagen, aber Es ist nicht gerade angenehm heute Nicht für mich Nicht für alle anderen Eigentlich für niemanden Ich will den Was? Ich will dich sehen Ok, wir müssen wieder hoch Gut Ich hab die Daten nicht Und Damien wird das sofort merken Vielleicht kann ich das für mich nutzen Er sagte Blumen, dass er alles liefern würde inklusive des Materials von Irak Ja Er hat sich selbst in die Ecke gestellt So gesehen Das ist ganz schön scheiße für beide Die Daten nicht dabei und ich keine Niki Wir sind so berechenbar Du hast einen Deal mit Blumen Woher weißt du das? Du hast ein Problem Damien Denn dein Deal hängt an dieser Festplatte Was wirst du ihnen sagen, wenn ich dir nichts gebe? Du vergisst da etwas Nikis Leben Hängt an einem an oben Hm Töte sie Lass mich fast gelingen, Damien Du denkst nicht zu Ende, Damien Dieser Deal ist dein Schicksal Tötest du Niki Bekommst du gar nichts Glaubst du Blumen Wird dich einfach gehen lassen? Die werden dir ihre Fixer hinterher schicken Und das heißt Ich entscheide über dein Schicksal Da ist das gleich hinweg Hol Niki ans Telefon Wir sind immer noch Partner Aiden Sieh es ein Wir brauchen einander Aiden? Und? Geht's dir gut? Ich hab Angst Sag, dass Jackson in Sicherheit ist Das war klar Du bist Aber Ja, ist okay Hör mal Niki, ich Ich weiß Aber bitte lass mich Du bist Hm Hm Ich bin's leid, dass du mich nicht ernst nimmst Wenn wir uns wiedersehen Und du hast keine Daten Ist sie tot Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Scheiße Jetzt aber schnell weg hier Ist das Der Typ aus den Nachrichten Der Typ aus den Nachrichten Der Typ aus den Nachrichten Schon seit Monaten Er gilt als brutal Und möglicherweise labil Was mach ich jetzt? Sondermeldung Ach Scheiße Der Typ aus dem Fernsehen Ich glaub das ist der Typ den die wollen suchen Ja, sieh mal Ist das der Typ hinter dem sie her sind? Das ist nicht gut Gut, für eine Weile ist es aus Ach, das ist schon mal ganz gut Du machst das viel zu schwer Aiden Zwing mich nicht dich zu verraten Es gibt nichts zu verraten Sieh das falsch Diese cleveren Tricks die du mit dem CTOS abziehst Ich hab zu gesehen und gelernt Willst du sehen was ich kann? Das kommt davon wenn man den Deal mit dem Teufel macht Nein, 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 nein Du hast nicht entkommen Lass dich nicht schnappen mein Junge Das wäre nicht gut für deine Schwester Oder? Ach Scheiße Oh 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 Ein SUV wurde dem Verdächtigen bereits hinterhergeschickt. Gut. Ach scheiße! Bitte! 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 Wow! Das wird jetzt echt knifflig. Ach, das ist doch nicht wahr. Letztes Mal! Was ist jetzt? Hier gibt es einen Stromausfall! Ach scheiße! Schnell weg! Ah, gut. Erstmal in den Bullen kommen. Oh, und ich hole inzwischen schon mal ab. An alle! Ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Ach! Komm, komm! Alter, scheiße! Ich bring den Typen dafür um! Das ist nicht lustig! Hey Mann, hättest du das für lustig? Oh, Dreck! Der gehört in die Klapsmühle! Das sieht echt albern aus! Oh, das ist so knapp. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe vom Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's dir gut? Wie rollen Sie zurück? Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten, es verständlich machen? Ah, Audio Bearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast, irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein, 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 nein! Wir haben noch einen Job! Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Defaults Liebe ist Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Hey, du hast ein Licht. Dreck auch. Oh man, das wird er bitte bereuen, dass er das gemacht hat. Das wird er sowas von bitter bereuen. Mein Gott, ich verstehe. Das ist dein großer Schritt nicht in den Stadt. Danke für den Bisschen. Aber du bist das ganz egal. So. Na gut. Was haben wir hier? Hoffentlich, ähm... Hi. Okay, ist voll. Dann lassen wir es gut sein. Na gut. Oh man. Dieser Dreckskerl, ehrlich. Dass er es ausgerechnet so gemacht hat. Ich bin im Moment aufgehalten. Aber ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich komm immer näher. Oh. 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 Neutralisiert. Und... Oh. Oh. Wir haben jetzt eine Aufgabe. schnell Reise nehmen. Und schon sind wir da. Oh. 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 Ich hab jetzt keine Lust auf sowas. Ich hab jetzt keine Lust auf sowas. Oh. 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 Boa Mann. Ich wusste, dass man den Typen nicht trauern kann. Was soll das denn? Entschuldigung. Also hierunter... Das Rattennest. Gut. Es hat ein Nest, okay. Okay. Ich muss einen Zugangspunkt localisieren? Ich suche andere, okay. Okay. Okay.